Ja, kann jetzt 1, 2, 4 Quests abholen. Ja, ja, kann man dann gleich machen. Wenn Cassie oben ist. Nee, warte ich rüßt die Steine hier ein. Ja, ja, wir warten bis du nicht da bist. Wie? Ich weiß. Ähm, Copper, das, das, das. Leute, wir sind hier 14 Iron-Ors, äh, 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 Broken Iron-Ors. Ja, hatte ich noch ein Wetter. Toll. Ja, tut mir leid. Ich hab 8 Dias verdient. Läuft bei mir. Ja. Ja, das ziehe ich dann später wieder durch. Ja, kommst du hoch, dann können wir die Quests abgeben. Ich find meine Ordnung super. Echt? Nee, ich hab keine Ahnung, was ich da angestellt hab. Ja, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, was ich da angestellt hab. Ich hab keine Ahnung, wie du da angestellt hab. Wer fängt an, mit einer Quest abzugeben? Oh, gibt's bei der Ehen Endstone? Schade, ich dachte, bei der Ehen gibt's Endstone. Weil wir haben Ender-Linny Seeds. Da gibt's Sand. So, wer fängt jetzt an mit Quests abzugeben? Dann mach ich die Radiation, die ist noch was. Okay. Weil da kann ich das gut gebaut. So. Dann nehm ich die, äh, Fool is Pumping Edge. Ah ne, das ist mir zu kompliziert. Okay, ich nehme die, äh, Steady Subly. Ja, dann machst du die, viel Pumping. Ja. Du kannst am besten bestimmen, was wir brauchen. Weil das S-T noch was, das, äh, brauche ich jetzt nicht wirklich. Also, das weiß ich jetzt nicht, was ich am Anfang kriege. Stern-Container brauchen wir auch nicht. Kloster brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eigentlich gar nicht, aber ich nehm... Dann nimm dieses 1 noch was. Ja, würd ich auch sagen. Das ES hab ich jetzt genommen. Okay. So, dann... Dann, wer macht das letzte? Äh, Silber, Gold, Silikon. Ne, da musst du entscheiden. Silikon. Dann gib ab. Wow, ein Zombie-Spawn-Ei. Spawn. Gib her, gib her, gib her, gib her, gib her, gib her. Gib, 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 gib. Komm, ich will nur vor dir spawnen. ucha-idet so immer vor dir zu jemandem hinzu. Ja ne, nein, 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 nein,isten, nein, 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 na, nein, na, nein. Ich will mal Tyrogs, ich will mal Tyrogs reinsetzen. Ich will mal Tyrogs reinsetzen. Gib, 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 gib. Ich möchte die Reden nicht mehr mitbekommen. Warte, warte. Was müssen die von uns denken? Wir kommen zu denen ins Haus. Setzen wir und rennen wieder weg. Wow. Was muss ich jetzt machen? Oh Gott, jetzt hab ich schon mehr Pippi in die Ecke. Aber hey, jetzt haben wir in unserer Wiese keine Zermüste der Monster mehr. Das ist schon mal sehr entspannt. Wart's ab. Und hier kannst du auch ab und zu mal reingucken, Cassie. Wo? Hier ins Loch gucken. Da wird ab und zu mal Weizen drin. Das ist unsere automatische Essen-Farm. Ja. Diese ganzen Ohren auf dieser Inseln. Genau. Perfekt. Ja. Ich vermute sind irgendwie echt nervig. Nervig. Hm. Hilfe. Okay. 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 Aber was wollte ich craften? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Äh. Da sollst du mir auch nicht beantworten. Das war... Irgendwie. Ich hab ne Höhle gefunden, aber hier ist irgendwie nichts. Doch hier ist ein Zappen, äh Monster. Äh Monster. Bin dann mal weg. Da ist alles Sachenhilfe. Ich hab mich voll auf. Hast du die Cassie auch doppelt? Ja. Ja. Ach Cassie. Nimm's nicht so tragisch. Jeder wird mal gemobbt. Hm. Ich hab mich verlaufen. Könnten wir helfen mal wieder hier rauszukommen? Äh. Ich kann nicht. Hey. Ich versteh meine Höhle. Ich hab Käseherz gefunden. Nimm's mit. Das werden wir irgendwann brauchen. Ja, ich hab den Raum wieder... Was ist denn jetzt schon gekriegt? Äh. Zum... äh. Dings. Creeper. Jetzt hab ich zwei davon. RF Engine. Da geht's raus. Ja, hier war ne Höhle. Und da hab ich mich gerade dran verlaufen. Und dann ist ein Creeper. Sack gewesen. Und ich hab ihn nicht gesehen. Ey. Automatic Sieve. Gibt's sogar ein Automatic Camera. Ich kann jetzt das automatische Sieg machen. Cool. Yay, das wäre cool. Ich hätte mich dann eigentlich immer noch verwirrt. Ne. Es geht. Und wenn doch, dann fangen wir an zu lachen. Äh. Äh. Ähm. Ich hätte dieses Silikon noch was so einfach herstellen können. Ähm. Ehm. 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 Spawned, Paul. Was ist das? Musst du mir zu CO2 kommen. Den setz dich jetzt bei denen rein. Ich möchte auch sehen. Ehm. 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 Springt sie. Hä? Ist bei mir. Da ist die Dicke. Ehm. In Galactic Science ist es die Dicke. Ehm. 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 Wer die Pizza bekommt. Ne, die kriegst du in die Oma. Also die letzten Zwills Pauls, die wir gespawnt haben, da gab es keine Pizza. Nö. Aber ich habe die Level bekommen. Doch, da fliegt sie. Da ist Pizza. Yes. Da ist man gerade einen Reiskeks. Der gibt auch Club 2 bis 4 Hunger. Ich war eine Domino's Pizza. Oh Leute. Das Ding ist noch auf... Klickt mal den Airlock Controller an. Und ganz oben der Name, der steht. Äh, lol. Der von Tyrox. Hm. Ich habe mir angesammelt. Du musst schon... Ach, hast du. Guck mal, was wir hier stehen haben. Hm. Automatic Sieve. Ähm. 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 Ja gut so ein Anvil kostet ganz schön was. So wie sieht das Lager hier hinten aus? Ich fühle mich so angezogen von dir Baby. Mit Item Dingern könnte man das automatisieren. Wir haben aber leider Gottes keine Dings mehr. Wie hießen die? Energy Condries. Aber ich versuch das mal bei uns. Hier sind noch 5. Was? Ich hab 5 aus ner Quest bekommen gehabt. Das sagst du mir jetzt erst? Ich könnte da oben... Ich könnte unser Thief automatisieren. Dann mach das. Mach ich auch. Das da rein, das da rein, das da rein. Das da rein. So und so. Dann mach das da rein. Und... Das da rein. Und... Da haben wir jetzt noch Saplings. Wir brauchen noch ein bisschen Erde. So, wer von euch will die nächste Quest abholen? Was... Um was gibt's? Äh... Um was geht's? Äh... Ja gut, eigentlich kann man sich nur 3... äh... sich zwischen 3 Reward Bags auch entscheiden. Dann mach du. Ich hab jetzt Ocean 2 abgegeben gehabt, wo ich das Thief gemacht hab. Okay. Und das nächste macht Cassie wieder. Okay. Und... öffne den Reward Bags. Spawn Paul. Ab zu Tyrox damit. Ja gut. Scheiße, ich bin da einfach... Ja gut. Ja gut. Geh doch mal zu deinem Freund dahinter. Was hat denn für ein Gesicht? Das Gesicht. Das Gesicht von Paul. 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 Wow. Wow. Haben wir doch eine Pizza. Feuerwerk in den... Da gab es jetzt nichts draus. Mitten ins Gesicht. So jetzt. Eich Carbon Nanotubes. Carbon Nanotubes. Amy hat ein bisschen Langeweile hier draußen. Und was macht sie? Die springt einfach nur sinnlos umher. Ist jetzt bei uns auch ein Paul unten? Ja. Und wahrscheinlich von dem, der gerade disconnected ist. Nee, der war ja die ganze Zeit drüben. Aber bei uns war gerade wer unten und ist dann verschwunden. Und was ist denn? Hä 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 hä. So jetzt brauche ich das. Carbon kriege ich aus. aus kohle ich wollte irgendwas machen ach ja hier sind die strings aber dieses von paulis die simulieren müssen ich mache unser essensfeld aber ich brauche ganz viel iron für die nächste quest dass man automatic camera haben ich hoffe mal dann geht das ein bisschen zügiger hier hoffentlich dann haben wir eigentlich heute mal scherze ja hoffentlich es wird mal zeit dass wir hier automatisieren nehmen wir mal das gunpowder ja das brauche ich erst mal für nix